Hallo zu einem weiteren Let's Play League of Legends. Ich diesmal als Leona, Dark Legacy als Mordekaiser und in unserem Team noch Akali, Karma und Masai. Und unsere Gegner sind Nunu, Fiddlesticks, Talon, Dizin und Twisted Fail. Juhu, hallo zusammen. Jawoll. Ja, ich sag nur, Mordekaiser ist Nummer Uno. Oh ja, leider hat nur Akali ihre schöne Clarity nicht mehr dabei, das wäre ja auch nochmal toll gewesen, aber nein. Ja, stattdessen Masai. Stattdessen Masai ist auch noch gut. Na, wenn der jetzt auf AP spielt, dann haben wir viermal AP eigentlich. Auch schön, dass die nochmal viermal Exhaust dabei haben. Ja. Und zwei von ihnen haben Skins, das heißt, sie haben halt X-Skill. Jeder, der Skinn hat, hat Skill. Ja, ja, denkt. Sollte, sollte, sollte. Das Team von den Gegnern ist auch nicht gerade das sinnvollste. Bitte? Die Gegner haben auch nicht gerade das sinnvollste Team. Ja, gut, wir sind auch ein bisschen... Naja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen bottom, oder? Hm. Hoffenmal stark, dass ich nicht allzu hart fail als Mordekaiser, da ich nichts aufs Spiel. Und nein, jetzt kommt Franzosen. Ich hab dazu gesagt, ich hab grundsätzlich nichts gegen was drucken, aber wenn sie dann meistens NL spielt, ich hab die Erfahrung gewacht, wenn sie spielen, dann fail sie einfach nur. Ja. Wer mal sehen. Vor allem Karma mit C. Ja, ich hab's in einem Spiel, das bewiesen haben, oder? Hm. Hm. Auserwählte der Sonn. Ähm, Face, Jugo? Ja. Oh. Ja, Talon, du mich auch? Aber es geht erst gut. Ja, fail. Ja, hätte sie jetzt eigentlich. Hast du es nicht? Start nichts los, nicht zu lange an. Dick dich, Talon! Entschuldigung für das Bad Word, aber äh... ne? Muss es jetzt einfach mal sein, doof jetzt auch sein. Bin ich getroffen? Auch gut. Ich glaube, ich habe einen Nagel abgebrochen. Hm, wir haben Twisted Fate. Ah, Twisted Fate. Ah, bleibt drin stehen. Ja, ich kann Mordecai sind ja wirklich gut spielen. Ja, epic. Von jetzt auf weniger als Half-Life. Du könntest nie als überhaupt spielen. Hättest vielleicht, keine Ahnung, Anivia, Brand... Hätte, 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 habe ich nicht. Das erste Licht dämmert. By the way, heute mal ohne Deno, wem es euch aufgefallen ist. Die Krächze, Stimme im Hintergrund fehlt. Mit gut. Die Sonne geht immer wieder auf. Boah. Wir sind bei dem Busch. Ja, man, Damage, Damage! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh mit zufrieden vielleicht hätte ich ihn wirklich kriegen können wenn ich jeden der Haftel hätte haben aber nicht und ich hätte vielleicht auch ein Stück weit wegrennen können dann hat man nur es ist ja auch so nicht er war er kann es ist wie er gut passt bleibt auf der Ruhe soll Master Yi was mit Master Yi ist? Anfangs, Alter, kommt mir ein bisschen strange vor, ich weiß es nicht Vampirisches Zepter, naja, kann man machen ja, kann man machen, aber irgendwie nicht so das gängigste wenn man junglet, kann man das machen ja, aber er junglet nicht, das ist mir doch keine Sorge Tch, Talon im Busch, ey! Übrigens, Theorie mit, äh, alle Glücksspieler haben, eins geht sich jetzt zurück, sonst hätte er sich auf Level 1 getautet, dieser Talon ja, hat mich getautet Alter, der ist so schlecht ich werde die ersten hab ich ich ja, scheiß Mordetal sein, ne? kann ich nur so sagen, die Gnade wurde getötet alles in der Schule auf der Karte es wird die Fähigkeit das die Kinder passieren mit einem Netto auf 15 FTS Spieltler das erste Licht Na, was ich Master hier jetzt geholt hat, ist aber irgendwie Fail. So ziemlich. Mhm, ja. Überzeugen tut mich das jetzt nicht wirklich. Erst müssen sie an mir vorbei sein. Ah, verdammt. Nachhin hätte ich vielleicht auch einen Charge spielen sollen, denn ich hätte spielen können, so wie Philistix. Also so, epische 6 zu 2. Ja, stimmt, Philistix. Ich weiß nur noch, ich hab's ge- auf dem Weg. Oh, ich hasse immer, äh, hier, äh, Philistix Faith. Philistix Faith. Immer wachsam. Ähm, Talon Miss? Zu mir. Yep, Talon Miss. Ah, come here, Tristix Faith mehr. Tristix Faith. Ich könnte ihn standen. Tristix Faith incoming. Tristix Faith incoming. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so direkt in die Nähe vom Tower bringen, oder? Ja, ja. Ähm. Ich weiß, ob dem man jetzt gut ganken kann. Dem man nicht gut ganken. Ach, sieh mal. Nö, wenn er dort am Tower steht, sicher nicht. Ich werde euch beschützen. Das erste Licht der Nacht. Ah, da ist er wieder. Spannendes Gameplay hier, wie man sehen kann. Ja. Absolut, doch. Ah, der Schrauskommt. Oh Mann, warum muss mein Stun jetzt auf Cooldown sein? Warum muss ich eigentlich immer leiden, Art? Mein Gott. Ich darf nicht fallen. Ich habe es eher eher eher, wenn sie ein bisschen besser aussehen können. Wie kann das sein? 3 zu 1, Mann. Ich gucke mir langsam wie ein Fieler vor. Immer wachsam Boah Talon ey Blaue Karte Blaue Karte, gefährlich Ein bisschen lastet Ja, du musst anleiten, wenn du vier dann auch drüber flimpern, ja Jetzt habe ich zwei Stunts Gattes Willen Arthur Bitte? Gattes Willen Arthur Ja Jetzt lang los, nicht einmal zu spielen Ähm, Mistro Du, na, das ist wie eine Sekretärin, weißt du, alles ist klar, geschrebt er auf Hehehe Gut, R1, so Aber ich meine, die fehlte Arbeit auch mal, die ich habe Das fehlt immer noch, also fehlt immer noch Hehehe Auserwählte der Sonne Ich hab' das blöd Gefühl, dass ihr irgendwann aus dem Buschgelpft kommt und mich schon wieder umruft, damit ich 0 zu viel zu eins setzt habe, ne? Hehehe Der teleportiert sich jetzt bestimmt hier hin, hehehe Der will mich so ruhig nicht darstellen, dem Video Hehehe Ja, komm, bestimmt mal Mal schauen, ob das online kommt Hehehe, äh, 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 ne? Hehehe, ne? Goldene Karte, benutzt sie auch nicht Goldene Karte, ist das Rap Hehehe 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 Um 8 Minuten Hehehe 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 Oh man, ich will es dann! Geht doch! Nice one! Die Sonne geht immer wieder Ja, im Früh, ne? So, jetzt kann ich wenigstens nicht mehr so, 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 auf ein-auf-unskilled machen Natürlich nur so mit karnigen Schauspielern, also alles in Prieb und beabsichtigt meine Ton gerade eben Immer wachsam Oh, Viertelsticks ist das S Ich verschwinde mal lieber Boah, ich und auch ein paar Mindeln zum Rücken Ich habe ja auch noch Teleport Ja, Akadi, warst du schon bereits mal erwähnt Ich werde euch beschützen So, mal schauen Ähm, ja, Talon ist schon mal wieder hier Ähm, Facecheck wegen Filisticks, vielleicht hier rüben Ich darf nicht fallen Hier, hier ist es schon mal nicht Ja, wieder mal der Verdammt Na gut, die Ulti war unnötig Ob ich eigentlich noch einen Geist von könnte, aber nein Das dritte war NS-Witte, ganz klar Übrigens, als er siebt Übrigens, ein Verbündeter wurde getötet Pass mal auf Ja Äh, Stefan Was war das bitte? Was war das denn bitte? Fragt, hallo Du, warum bist du nicht aus dem Turm rausgelaufen? Ja, ich wollte gerade nicht explaschen, hab dann aber gemissklickt Deswegen Oh, fail Ja Egal, ich habe drei ge... Wie ausgedreht war alles Auserwählte der Sonne Ein Verbündeter wurde getötet Ach, verdammt Ich hätte die Ulti jetzt eher gebrauchen können Bleib auf der Hut Egal Schuhe hätte ich mir mal gut Na, was soll's Morde Kayser Ein Gegner wurde getötet Geht sich in jeder Aufnahme, weil das vielleicht ne größten Fail up, weißt du Und wenn ich normal spiele, fail ich einen nicht so dreckig Jetzt gerade eben, missklickt so Hm, das sagt's Bleib auf der Hut Komm her, Taloon Taloon Ich spüre die Macht der Sonne Ich spüre die Macht der Sonne Ich spüre die Macht der Sonne Schade Schade Das erste Licht dämmert Hm, soll ich mich gleich mal zu Twisted Fate ranziehen Immer wachsam Schade ist es mit Na gut Ähm, gehen wir mal da in den Busch Ah, deine Buschkan Okay, Taloon Ah, der ist wirklich fiddlestick Hab die toll gegangt, hab die toll gegangt Ich bin Schlosser Ha, ha, ha Möchte ich mal zurück Ich denke mal, die werden nicht je tower-reifen So wie ich den Talon hier kenne Der schon mal gebracht Bin ich böse auf dich, ich werde wiederkommen Werden wir uns jemals wiedersehen Ich darf nicht fallen Darfst du das? Hm, ich glaub schon Ich werde euch beschützen Verdammt Hm, schade Geben können Hm, Twisted Fail Ein Gegner wurde getötet Die Sonne geht immer wieder Ich wollte es nochmal erwähnt haben Ein Gegner wurde getötet So, 90 zu 7 Das sieht nicht schlecht aus Ja Sie werden durchdreht Bernd, bitte englisch Ja, ha, ha Ähm, warte ich mal nochmal die Face-Checke Bleib auf den Hut Talon am Turm Das erste Licht der Nacht Der Taumarm wieder ein paar rumkleben, man Mal Auserwählte der Sonne Geh schon panisch wegrennt Oh mein Gott Oh mein Gott Diakali panisch vor Äh, panisch vor Fiddlesticks wegrennt Zu mir Oh mein Gott, ich vom Lifetrain sollte noch wegrennt Na, siehst du hier gerade Hm, hier 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 Ich spüre die Macht der Sonne Äh, ich lass es lieber 3 Level über mir Ich spüre die Macht der Sonne Wie sich will keiner wieder Suicide-Aktion von mir sehen Hm, 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 hm Ich darf nichts freuen Ich darf nichts freuen Zu mir Ah, da sind sie wieder Nee, CF hat was Was hat er? Red Buff Red Buff Red Buff Genau Immer wachsam Zieh mich mal zu ihm Wenn er Ja Jawoll Lass den Geist mal den Ich werde ihre Linien durchbrechen Ja Und gib ihm, äh, gib ihm den W Also die, äh, Metallgünnen Lass sie nicht vergessen Naja, CF ist schon useful Nein, zurück Ganz ruhig Ganz ruhig Ich fail nicht Ach, jetzt habe ich ja TS Red Buff Gefällt mir Ah, tatsächlich Gefällt mir Oh, ich bist jetzt fake Oh, ich bist jetzt fake Da ist er ja Und er wird direkt mal gestunt Nee, da ist er gut mit der gelben Karte an Vor allem, er hat einen Minion gestunt mit der gelben Karte, oder? Ich darf nichts kaufen Schönes Ding Heiß Ein Gegner wurde getötet Oh Ich schiebe Ich schiebe Ja Ja Ja, gut Ja, gut Na gut, schön ist es weniger Aber Was Neues Meinst du soll ich mir nur 6-Tage-Revolver noch mit Gunblaze machen? Nee, oder? Ah, Akali Suicide Du ist er vom Akali, voll Ähm Ich würde sagen, du behälst die, ähm Du behältst die, äh, den Revolver erstmal und Hust der erstmal, äh Turgo Wald und Rüller, oder? Nee, ja Rüller, Rüller ist erstmal es gibt ich war noch ein bisschen ich bin erster er kann die exorbitant magie durchdringen das ist es nicht mehr hier augen führen oder ja jetzt soll ich es jetzt auch nicht er wurde mir als auch was dort ja stimmt und nun paar Schläge ein auf die Tom Klopp klacken es sind bis zu tun Oh, in der Mitte sind es zwei. Ich spüre die Macht der Sonne. Oh, Sonnenbusch. Oh mein Gott, kein Schaden. Ich brauch jetzt eine Suicide. Was war das jetzt? Ja, ich wollte eigentlich, wie es für auch Suicide bin. Alter, wo kommen die jetzt alle her? Ach du Scheiße. Da war ich mich auch gerade so ein wenig. Wo war der Tiddlestick? Ich hätte es auch gerne. Vielleicht hätte ich mich von unten da reingebordelt. Ragequid. Wird 4 zu 6, das ist jetzt nicht wirklich berauschend. 1 zu 2. Naja, gut. Ah, spielst du auch tankig, Mann. Hm. Das erste Licht dämmer. Jetzt viel mal in die Mitte. Ja gut, irgendwann haben wir den Tau nicht gepusht. Wir können stolz auf uns sein, Arthur. Ja. Wir werden für den Rest des Games lieben. Hahaha. Was hat denn Nunu für ein Skin? Nunu Skin, ach so. Nunu. Das ist der Zerstörer, Nunu. Nein. Oh, ich targete mal einfach Leute. Immer wachsam. Ja, Leute, ihr müsst doch schon mitkommen, ne? Ja, ich bin noch nicht so schnell. So, ich hatte Gas, jetzt ein Rödi da rein. Boah, was macht denn der jetzt da? Ah, Leute, hier hin. Ah, weg hier. Hey. Ich muss mal sagen, es war eine Zulisheit-Aktion, wie es in Buche steht. Ah, Hilfe. Haha, was für ein Idiot. Hahaha. Oh, geil gemacht, wie sie es in. Geil gemacht. Das war jetzt, was geht. Das war jetzt, was geht. Oh, Schütz, Schwester, Feld kann mich wehen. Ja, hier, wo du siehst. Na ja, trotzdem toll, Fist, Twisted, Feld, Seed, äh, Quatsch. Ähm, die Sinne, haha. Ich hätte Teleport nutzen können, um da wegzukommen. Jetzt renne ich wieder, kann ich wieder Senses durch Topplane oder auf Topplane, na ja, was soll's. Hm. Schicksal, null Schaden. Bitte? Schicksal, null Schaden. Ja, weißt du, kaum entschied ich mich doch nicht auf Top zu gehen, sind da die ganzen Gegner. Tja. Immer so. Genauso wie in meiner, äh, Mist-Theorie, hab ich Mist-Ansage damit. Geht immer wieder auf. Du Klappschutz schützt plötzlich. Bleibt und kämpft. Oh, Mann, der ist fast gestorben. Ah, Dornenpanzer. Komm schon, tötet's wirklich. Oh, Tal und Zutzeits. Kann nicht verlangsamt werden. Alter, Mastari, was für ein Idiot. Er kann nicht verlangsamt werden, aber bleibt trotzdem da stehen. In seinem, in Nuno's Ulti. Was für ein Idiot. Euer Team hat einen Turm zerstört. So. Frenien ist natürlich vollkommen überflüssig. Ich werde euch beschützen. Sag ich, einen, die Sin-Geist, das ist geil. Äh, bin ich hier der Einzige, dass die Sin-Bilds strange findet? Glanz? Werdes. Was ließ sie? Glanz? Ja, das Bild vom Gegner schließt Sinn. Ich weiß nicht, irgendwie komisch. Ich finde die T-Force. Kann man machen. Okay, ich finde die T-Force, stimmt. Na, jetzt hier mit, äh, hier. Jetzt ist es, was geht erst, aber das war, nee. Das ist die Fade. Was macht der denn hier? Oh Gott, ein Unu. Das geschieht Grund zur Panik. Er wird uns mit seiner Entscheidung überraschen. Jawoll, genau so sieht es aus. Okay, komm, wir brauchen jetzt das ganze Team, wo irgendein Tristan Fade gegangt ist. Oh Mann. Es soll alle rennen so runter, weil ein Stück von Irrisch zu Fade haben. Mal gucken. Wir werden durchdreht. Glanz? Glanz? Uh, uh, Planung, tötet. Titelsticks töten. Tja, nix da, liebe es, bis dann. Oh, oh, Hilfe. Hilfe, danke schön. Oh, krass, was für ein Schaden reinhauen, ey. Immer wachsam. Könnte es jetzt wie ein Wort geben, wo ich stück die Wand fliege und fütze ich alles aufhauen, aber. Hm. Twisted Fail. Du kommst nirgendwo hin. Ich werde euch beschissen. Verdammt, Fail. Hallo. Was verrasst du denn jetzt bitte? Töte die, kommt schon. Jawoll. Ich hab mich reingeflächt, lieg der ganzen Zeit die Bilder auf diesen Scheiß. Äh, was ist das da gewesen? Ja, Bild. Hallo, drauf und nix passiert. Das, liebe Kinder, ist der Grund, warum der Kaiser nach dem Wolf unbrauchbar ist. Wegen seinem schlechten Störer, genau. Ja, genau, das ist es. Ja, immerhin schon, natürlich. Da ist letztens. Und kein Urileis, okay. Ja, Urileis kommt hier, das meinst du, wozu der Gürtel des Riesens da ist. Ah ja. Ja, 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 ich weiß, das Bild ist ein bisschen strange, jetzt muss ich anfangen. Da ist ein bisschen. Ja, da hab ich dieses Mal an den Schuh gedacht, das muss man mir lassen, das muss man mir lassen. Yay, ich stelle mich stolz auf dich. Das erste Licht, Jan. Pass auf. Äh, schade. Das ging schnell. Ja, äh, Hilfe. Hilfe. Gut, äh, Tal und so habt ihr als Kind, das ist der Grund, warum wir mit Schlag drauf haben. Ja, genau. Da möchte ich jetzt nicht gerne initiieren. Immer wachsam. Da ist irgendwann noch ein Exhaler mit Mordekaiser draus. Hm. Wo sind die denn jetzt alle? Ich will euch. Ich hab, einer mittelndes Spiel, also. Ah ja. Das wird wisst. Oh, proventscheidend. Es ist ein Track, genau. Oh, twisted es fehl. Da kommt sicher gleich zum Master A. Destiny. Die Entsch biết seine Ne 중요한 dad gewinnen und auch nicht neben dem Menschen- Mit ihr Depending auch umschuldigt, Serie das Wissen wird gewonnen. ja er wollte weiterhin weiterhin ja macht er nie Ich führe die Macht der Sonnen... ...eine Team einen Tunze stütt. Er wird nicht an mir vorbei. Ich sehe aber, wie ich sowohl so ein Mordekaiser-Geist sein kann. Mordekaiser-Geist? Ja gut, sagen wir mal, Mordekaiser-Ulti sein kann. Oh Gott Talon, Panik! Er hat ein Skin! Hilfe! Wenn du mal ein Talon hast, habe ich keine Angst, aber wenn ein Talon ein Skin hat, dann... Danke, das ist bei mir vorbei. Auf bottom pushen. Oh ja, ich bin noch nicht. Mal oben dort. Bist du nur der Tank? Wir brauchen dich für Beryl nicht. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Oh, ich wollte... Hm. Passt auf, vielleicht kommen sie zu euch. Der Gegner hat einen Tun zu fallen. Ja, Master Yi, Epic. Kann nicht verlangsamt werden. Ich werde ihre Linien durchbrechen. Oh fuck, oh fuck. Einmal haben wir Beryl. Süß. Ja, das ging schnell. Einmal wachsam. Das war übrigens schön von den Gegnern, die sie uns hier ganken wollten. Das hatte richtig Erfolg. So, jetzt will ich mir Naturgewalt. Ah, dass ich meinen tollen, ähm, Goß jetzt nicht wirklich nutzen kann. Und dann habe ich einen. Ja. Auserwählte der Sonne. Ausgezeichnete. Ausgezeichnete. Ah, was meinst du durchmesslich zum Morgen? Also, die Idee. Der die Vorschläge. Wardons. Wardons. Hm. Gut, kann ich machen. Nein, Gott, nur nur mitgehen. Haha. Immer wieder. Nein, ich habe mal da. Mal die Frage. Mal die Frage. Ich habe das nicht. Was ist immer wieder? Mal die Frage. 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 Ja, ich weiß nicht. Ja, die Sinn, da hast du was, was hat er gemacht. Das ist Damaged, ne? Das ist Damaged, ne? Was macht ihn der da? Okay! Joaah! Jawoll! Joa, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich habe mir hier jetzt unsere Garten mit einem Surrender-Abadaptop. Schon wieder so ein schnelles Spiel. Ja ja, aber schön. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Das war's dann für die Aufnahmen. Bis zum nächsten Mal.